Traumhaftes Wetter. Ich mache heute einen Overnighter mit den Jungs, die sind schon vorausgegangen. Ich werde heute mal Hängematten-Setup verwenden zum Testen für eine andere Tour, die im Bayerischen Wald ansteht. Das Wetter ist ja einfach traumhaft und die Gegend auch hier echt schön. Untertitelung. BR 2018 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 Ach so, wo soll ich es denn hin tun? Was ist da rein? Ich glaub, die müssen noch ein bisschen da. Mahlzeit. Mh. So, wenn der Kleinste gegessen hat, dann bauen wir mal das Setup für die Jungs auf, dass die mal in trockenen Tücher sind. Ich habe noch Zeit, weil jetzt geht langsam die Sonne hier weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist halb sechs. Ich habe hundsmiserabel gepennt. Eigentlich immer irgendwas gewesen, wo ich wieder aufgewacht bin. Naja, war schon krass die Nacht. Gemütlich war es in der Hängematte, das ist keine Frage, aber irgendwie andauernd, also hier waren ja wirklich alle Tiere da und die haben auch ganz schön rumgeblägt. Also irgendwie waren wir immer wieder wach. So ein Viertelstundenschlaf oder sowas, ist echt übel. Naja, auf jeden Fall, ich würde mir jetzt einen Kaffee machen und dann fange ich schon mal an zusammen zu packen. So, wir haben uns doch entschlossen, weitgehend alles abzubauen. Der Kaffee fällt aus. Ich habe keine Lust, jetzt noch hier einen Kaffee zu machen irgendwie. Jetzt haben wir fast alles fertig. Jetzt helfe ich den Jungs noch ein bisschen und dann werden wir uns noch eine Mütze voll Schlaf holen. Das ist, glaube ich, echt notwendig. Ja, trotzdem war es eine schöne Übernachtung mit vielen Tieren und gemütlichen Liegen in der Hängematte. Alles klar, wunderbar. Dann sehen wir uns hier draußen beim nächsten Mal in der Natur. Ich hoffe ausgeschlafen. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.